Die Idioten von der AfD-Jugend wollen hier auch Werbung machen, aber die grüne Jugend verhindert das gerade. Das finde ich sehr schön. Und die Piraten sind auch dabei, den Schwachsinn abzudecken. Keiner hat hier Bock auf die AfD, der hilft mir auch kurz bei den anderen Parteien. Weg mit dem Dreck. Ja, sehr schön, sehr schön. Auf Wiedersehen, euch will hier keiner immer sehen. Sondern wir sagen Solidarität und Weichel. Ey, die wollen doch nicht in die Wiederhofer eigentlich. Diese Länder sind junge Fette, die Spanien sind und arbeiten. Hau auf, 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 hau auf. AfD ist nicht erwünscht als Weiß. Und deshalb haben wir ein großes Veröffentlichen. Nicht nur Deutschland gut geht, sondern auch für Europa gut. Wir hätten nur Deutschland täten. Nur gut. Das gilt auch für Österreich. Mensch, Frau und Europa gut geht, meine Damen und Herren. Lüger! 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 Wenn es diejenigen, die da hinten zuschreien, Ich würde Ihnen sogar sagen, dass noch mehr Arbeitsplätze entstehen können, wenn es die Anlage von der Regionen der Welt ist, mit den Vereinigten Staaten von Amerika, mit der Erwachsenen der Welt ist, mit den Vereinigten Staaten von Amerika, mit den Vereinigten Staaten Dafür müssen wir gut sein in Forschung, dafür müssen wir gut sein in Entwicklung, dafür müssen wir nicht nur gute Maschinenbauer und Autobauer haben, dafür müssen wir auch gute digitale Verdeckung haben, dafür brauchen wir eine gute Datenschutz. Der AfD wollte uns gerade erklären, man darf nicht vor diesen Transparenzen stehen, also nach Recht und Gesetz kennen sich die Rechten noch nicht mal wirklich aus, das ist sehr lustig. Und das ist das? Ist die AfD? Das ist die AfD, ja. Damit wir auch unsere Kinder in Freiheit und im Urstaat leben können und wir uns dafür einsetzen können, dass das auch mehr Menschen auf der Welt sind. Und deshalb, meine Damen und Herren, unterstützen Sie unsere Europa-Aktion. Wir haben uns heute die anderen in Nordrhein-Westfalen, David McAllister als unser Spitzenkandidat, doch als unser Kandidat unserer europäischen Parteifamilie für das Amt des Kommissions. Wir wollen stark absteigen, damit wir das, was jetzt erst in die Europasische Union für Deutschland gesteigt haben. Die jungen Leute, das will ich zum Schluss entdecken, haben berichtet davon, wie sie in Belgien an einer Kriegsgremse stets waren, wie sie Museen besichtigt haben und sie in den sie in die Gräber besichtigt haben aus dem ersten Weltkrieg. Und am Ende dieses ... ... der lange hier gewohnt und gewirkt hat, zusammen mit seiner Frau, Clara Schumann, kann ich mich leisten, dass Sie auch Musik lieben und deshalb ein kleines Geschenk für Sie zur Erinnerung an den heutigen Tagen kommen. Ich hoffe, Sie haben Gelegenheit, einmal auf die CDs anzuhören. Herzlichen Dank, dass Sie hier sein, meine Damen und Herren. Ich sage, verabschieden wir die Bundeskanzlerin Angela Hagel und lassen Sie uns zusammen das Lied der Deutschen singen. Herzlichen Dank. Hey! Sag doch doch noch mal! Komm! Sag doch doch noch mal, wenn Sie nicht trauen! Ihr seid doch nicht recht! Dann hol die Frucht doch noch mal raus! Komm! Ach, Gehübel! Traust du nicht mehr? Noch einmal schuppen, dann hol ich die Polizei! Was? Ihr schuppen! Warum wiederholen Sie denn die Schatz nicht? Komm, meine Hände noch einmal! Ihr seid doch nicht recht! Warum kannst du die Frucht doch wiederholen? Gehübel! Nein! Ne, nein! Wenn es kommt, dann geht. Komm! Komm! Was hat er gesagt? Ja, Jungs Die Alternative für Dumme will einfach nicht aufhören, aber muss immer weiter vom Platz weg. Jetzt versuchen sie, die Polizei davon zu überzeugen, dass es irgendwie so ein Gesetz gibt, dass man nicht davorstehen darf. Hallo, guten Tag.